Hey Leute, in diesem Video betrachten wir nur ein Produkt im Test. Wer gerne ein Vergleichsvideo der besten Top 3 oder Top 5 Produkte dieser Kategorie sehen möchte, findet dies in der Infobox und der Videobeschreibung verlinkt. Alle Erfahrungen habe ich entweder selbst gemacht, in Themen relevanten Blogs und Testportalen recherchiert oder aus aussagekräftigen Bewertungen entnommen. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und gerne ein Abo dazulassen. Du liebst es, Dinge mit deinen eigenen Händen zu erschaffen? Dann ist eine Nähmaschine genau das richtige Werkzeug für dich. Mit einer Nähmaschine kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und alles von Kleidung über Vorhänge bis hin zu Accessoires nähen. Du wirst staunen, wie schnell und einfach es ist, deine eigenen kleinen Kunstwerke zu erschaffen. Und wenn du einmal etwas nicht weißt, gibt es immer Näheinleitungen und Nähforen, in denen du Tipps und Tricks von erfahrenen Näherinnen erhältst. Also, trau dich und hole dir jetzt deine eigene Nähmaschine. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Achtung Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles, was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Die Carina Junior ist die perfekte Nähmaschine für alle, die gerne nähen und auf der Suche nach einem Einsteigermodell sind. Mit ihrem geringen Gewicht von nur 4 Kilogramm ist sie leicht zu transportieren und aus hochwertigem Metall gefertigt, sodass sie lange Freude bereiten wird. Das Design und ihre weiße Farbe machen sie zu einem echten Hingucker. Die Carina Junior bietet eine einfache Bedienung dank der Einknopfbedienung und ist somit auch für Anfänger und jüngere Nähfans geeignet. Sie verfügt über 6 Stichprogramme und einen verstellbaren Knopflochfuß, sodass du vielfältige Näharbeiten komfortabel durchführen kannst. Ein integrierter Fadenabschneider und die stufenlose Geschwindigkeitskontrolle runden das Angebot ab und sorgen für noch mehr Freude beim Nähen. Insgesamt ist die Carina Junior die ideale Nähmaschine für alle, die ihre Kreativität im Bereich Nähen ausleben möchten. Sie ist einfach zu bedienen und bietet zahlreiche Möglichkeiten, um individuelle Näharbeiten durchzuführen. Überzeuge dich selbst und teste die Carina Junior jetzt! Achtung Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Noch nicht überzeugt? Dann schau gerne in diese Videos rein mit weiteren interessanten Produkttests.